Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Daisy Standalone mit mir, Flashy und dem Ice Cold genau, jetzt gehört Herr vor der Police? ja, war gerade vor der Police geht dann mal ein Zombie da war gerade ein Bandit-Typ wo ist der Zombie? der eine Katschino-Zombie siehst du irgendwen? warte, ich glaube Position äh! da, sieh ich also die Polizeitür ist auf jeden Fall zu da liegt, oh, da liegt glaube ich ein Toter ganz oben ja, wird das ja bei uns im Haus oder du bist zwar du ja, wird es bei uns im Haus an der Mauer weißt du, wo wir reingehen und die Police beobachten? ja, ja Tür ist zu so, kannst du da rein sehen? hier war vor der Police einer mit blauem Rucksack gerade ja, also es liegt eine Zombie-Leiche hinterm Krankenhaus und eine Leiche ganz oben am, äh, am an der Police wo kann ich jetzt halt hier noch keins sehen ich gehe mal ins grüne Haus hier siehst du das grüne Haus? ja welches grüne? das neben unseren ah ja, ok, ja alles ist zu hier ok, ist nichts los so, jetzt habe ich einen Blick ich habe ja auch eine Mosin, weißt du ja, ja also die reden, entweder sind sie im roten Haus oder eine Police deine Police ist jemand, ja eine Police? Welches Fenster? hinten im Gefängnisraum äh, oberes Stockwerk, äh, Raum hinten links ne, warte das ist der dritte Raum, also wenn Treppe hochkommst, 1, 2, 3, der dritte da war gerade einer hat er mich gesehen? ja, also, ne, ich habe ihn gerade nur vorbei, wo ich schon sehen hast du wieder weg? so ich mal die Locken bist du? ich gucke mir das noch mal würde ich kann die halten nur das Zweifel ich bin du musst du mir und wir haben zu machen das redet keiner mehr komisch ich krieg der spieler läuft hinter dem kankenhaus hinterm kankenhaus es sei jetzt wo diese hochhäuser sind die wundereisen einer ist ganz oben tot habe es bleibt man doch jetzt hat man auf oben auf der polizei habe ich eingetötet vor dem habe ich wollte ich glaube ich wollte schon gehen es ist so eine ruhe es ist plötzlich so eine ruhe ja ja kaum ist die geschichte die spieler der sind zu sein geben haus da ist der zb in den haus gewesen wo wir wo wir mal die Falle gestellt haben ja der einer ist wieder vor der polizei oder was du das glaubst ne ne ich bin immer noch in dem haus und beobachter vor der polizei aber das ist es uns bei ihr rutsch da hinten kehren und sein die noch eine die zeit noch einer tot am brunnen st ok polizei ist ein zweiter oben Da kommt ein Zombie jetzt zu mir, okay. Ja, ich seh's. Am Brunnen liegt jetzt einer, tot. Boah, da kommen vier Zombies zu dir. Okay, dann hol ich mal hier raus. Kannst du mal in die Polizei hochgehen? Meinst du mal in die Polizei? Ich geh mal kurz hier hinten am Brunnen gucken, was das für einer war. Okay. Und war das der, wo die Axt hatte, mit blauem Ding? Genau. Ja, genau, mit Orel und mit Axt. Ja, genau, den hab ich auch gesehen. Das war der O hinter davon. Und ich hab drei oben auf der Polizei gefiltert. Der lebt aber noch hier. Ach so, ist der am Kampf. Ja, die zwei ein bisschen nerven mich aber. Ja, läuft auch einfach mal mit dem. Okay. Äh, ich guck der Spieler, der ist im Krankenhaus. Hinter dem Krankenhaus? Orangen Hunting-Back, äh, Orangen Hunting-Back. Ich bin von den Garagen, neben der Polizei. Der geht jetzt halt, glaube ich, in die Polizei rein, von dem Hintereingang aus. Okay. Dann siehst du mich, bin ja in den Garagen. Äh, der läuft jetzt halt in Richtung der Garage. Der ist aber komisch, wenn ich da habe. Ist er gut? Ne, ne, ich hab ihn abgeballert. Genau. Fehlt noch ein Spieler vor den Garagen? Manch brauchen die viele Schüsse, ey. Was machen denn die ganzen Zombies hier? Ballest du da? Ja, Mann. Ich hab alle Zombies abgeballert, das muss ich mal nachladen. Ich kann viel Bloodtripping. Ich geh mal hier vorne raus, dann siehst du das? Ja, alles klar. Alter, wir räumen hier ein Leck auf. Also wir haben jetzt das schon, wir spielen gerade fünf Minuten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Spieler geprüftet, oder? Ich blute, wiebel. Ich muss hier irgendwie von dem Zombie wegkommen. Aber ich komme hier nicht weg. Ich gehe hoch hier ins Haus. Ich hoffe, hier ist niemand. Ich bin im ersten Raum und verarzt mich mal kurz. Okay. Wenn ich was dabei habe. Du kommst so auf, ja, ne? Ja. Du musst auf jeden Fall hochlaufen, Alter. Alter. War gut, ich guck mal gleich mir die Leichen an. Wollen die oben an... Die haben auch... Der eine hat eine Mosin, eine gesprayte. Okay. Schade, jetzt habe ich keine Munition mehr, ey. Höher? 9mm bräuchte ich. Ich habe aber Winchester Muni gerade gefunden. Okay, nice. Ich habe noch fünf. Ah, nee, habe ich noch nicht. Ich renne jetzt raus vor die Police. Wo soll ich hin? Ja, lootet die mal oben auf dem Dach. Als oben auf dem Dach. Ich will hier erstmal gucken, was hier so rumliegt. Ja, nee, einer liegt hier in der Kanzel. Siehst du, ich bin hier neben der Garage gerade? Ja, ja, ich habe nicht verlaufen. Schade, ich habe ihn zerstört, ey. Ich bin echt durchlöchert, alles kaputt. Hat aber eine schöne grüne Mosin, ey. So, die Axt habe ich getauscht. Und die Mosin tausche ich auch. Ey, was krabbelt ein Duffin-Freak? Ich kann mir aber nichts machen. Schön mit dem Mosin habe ich den einen weggeholt. Hat mir gefallen. Wo liegt nur noch einer eigentlich? Also, das liegen drei oben, läuft wieder gerade? Ja, das bin ich, das bin ich. Achso, zwei liegen oben auf der, 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 auf der Polizei, einer ist schon hieß, bohrend. Echt? Ich gehe mal kurz hier an den Brun noch gucken. Siehst du mich an den Brun? Ja, äh, ja, ja. Der hat auch eine Mosin, ein MP5, oh, ein Glock-Magazin, danke. So, was hat der für schöne Schuhe hier? Working Goods, nehmen wir mal mit. Mosin ohne Muni, okay. Ähm, dann gehe ich jetzt hoch aufs Krankenhaus. Krankenhaus? Äh, sorry, Police? Ja. Warte mal. Hier lag vorher auch noch einer, aber er ist weg. Despawned. Da hinten sind Zombies auf der Straße. Du gehst jetzt halt in die Triebister, ne? Ich lasse die Tür mal offen, oder soll ich zumachen? Macht lieber zu. Und sind auch alle Türen zu, irgendwie? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob da Queer ist, ne? Ich glaube nicht. Ey, unten, ganz hinten, ist ein Zombie angeht. Ja, ja, okay. Habe ich gerade gesichtet? Ich bin im Gefängnis. Und ich will jetzt in die nächste Etage vorrücken. Ich will ganz schön viel im Flur, Munition und sowas. Ja, 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 das hat alles drin gehalt. Ich glaube, die hatten auch eine wirkliche Stille-Siebrücke. Scorpion, Max. Soll ich mal zu dir kommen? Ne, warte mal kurz. Ich bin jetzt im ersten Raum hier, Treppe hoch rechts. Okay. Ja, ich sehe dich. Klingelt dein Handy, oder ist es meins ausgerichtet? Das ist, glaube ich. Hier liegt noch ein Skorpion in der Luft. Okay. Die schwebt hier, die könnte ich mir eigentlich gleich mal haschen, ne? Aber wie gesagt, da liegt ein Magazin zu. Okay, ich bin im dritten Raum, jetzt in den vierten Raum. Clear. Okay, oben in der Kanz liegt einer und einer außerhalb der Kanzel. Und einer war noch hinter der Kanzel, aber der ist schon die Skorpion. So einer, das ist gut. Ach, die Max, die kann man nicht nehmen für die Skorpion. Das nimmt ja auch keiner. Wer läuft denn hier? Kling. Bist du das? Nein. Äh, ein Spieler hielt am Krankenhaus. Ich bin jetzt oben. Ich weiß nicht, ob ich die Ecke hatte. Hinterm Krankenhaus, sagst du? Ja, ich bin zum Krankenhaus, äh, in Iran. Okay, ich hab mir mal die Rack geschnappt, wenn ich in die Kerne. Ich brauche 9mm-Mani aus. Die hat die 9mm-Monition aus dem Glockmagazin. Ich gebe mich dir recht. Okay, ich bin um auf dem Dach, da siehst du mich. Ja. Jetzt sonst keiner mehr, ne? Doch, doch, doch. Doch, da liegt noch eine Stunde. So, noch ein Glockmagazin. Ich hab da auch eine Glock. Was ist der hier in den Schotten? Äh, ich hab der Spieler, kommt von Richtung, äh, Kamishogo reingelaufen. Und Kamishogo? Er läuft gerade am Roten Haus zu weit. Ja, ist der Quid? Äh, ich weiß, er hat auf jeden Fall gekürzt, aber so weiß ich nicht. Ja, ich mach jetzt aus. Okay, mach's mal gut. Der kommt jetzt da hinten bei der Poliswahn, hab ich glaube ich. Ja, ich seh's, ich seh's. Also, bis dann, viel Glück noch. Alles klar, dank dir, mach's gut, ne? Ciao. Kommt dann bestimmt wieder so, fresh alleine im Elektro oder so. Okay. Ist das nicht reingekommen? Also, ciao, wie gut. User disconnected from your channel. Jetzt kommt wieder so, wie gut. Anywho im in her? Wir haben ein Weapon aus. So, bitte, won't shoot me.